Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Kirche ist in der Nähe von der Kirche. Hier, letztens das Gewinkel, ey, so ober, als wir nachher verhoben haben. Ja, habe ich gerade gefragt. Ich dachte eigentlich immer, es gibt Vorgaben. Hier ist das ziemlich liberal. Im Wesel heißt es, am dritten Pfosten, links und links. Ja, aber man hat meist immer, scheiß genau, immer eine, das ist ja immer so, irgendwie gibt es immer einen so eine Regel. Aber es geht mir egal. Hier ist das ja anders mit der Klupe. Was, wie sieht man denn hier? Wie sieht man hier? Wie sieht man hier? Ja, aber gucken, wie sich das so entwickelt. Wie sieht man hier aus? Wie sieht man hier aus? Kann hier abgut sein, was du bist? Ja, hier kommt wieder der Klupe. Ja, gut, ist meine Hünnen. Aber trotzdem, wie das ist. Ja, es ist aber ... Ganz oben, normal, ne? Gut. Und in der Abbreitung? Ja, gut. Ah. Vielen Dank.